Ab dem 15. Februar 2019 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neue Etagenwohnung liegt in Leipzig-Zentrum. 2018 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 106 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1300 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020